Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Helle Taschenlampen at Night. Heute führe ich die Luma Power Signature VX4 vor. Und zwar zunächst mit dem Kopf für die große Reichweite, sprich mit dem Thrower Head und anschließend mit dem Flutter Head. So, los geht's mit dem Thrower. Höchste Stufe. Eins runter. Nochmal. Und Low. High. Medium. Eins unter Medium. Und Low. Höchste Stufe. Höchste Stufe. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.